Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich hatte gerade eine Beruhigung Schokolade gebraucht. Sie zockt jetzt doch noch Inside weiter. Ich habe gedacht, dass sie vielleicht aufhört. Ich traue es dir nicht ganz zu. Wenn du jetzt weiter zockst, zieh es durch. In der Hoffnung, dass das Spiel die nächsten 10 Minuten vorbei ist? Dann musst du ja weiter. Da hinten waren wir doch schon, oder? Ja, du bist nur noch da links, genau die Tür. Und dann geht es hinten weiter. Aua. Ähm, ja. Ja, fack auf und so. Oh, wow. Könnte da ein Schlüssel drin sein? Es springt jetzt kommt gleich was. Ich renne einfach raus, okay? Guck einfach nicht hin. Oh Gott, natürlich. Schatz, Niki, da ist nichts. Kannst weiter gehen. Aber ich glaube, da hinten ist noch eine Raumklinze. Boah, diese scheiß Lichtdinger, die da überall hängen, weißt du? Aber wir haben immer noch keinen Schlüssel oder Ausgang gefunden. Also wir sind ein bisschen genauso weit, wie zu Anfang gespielt. Außer, dass wir ein paar Leute aufgestanden haben gelassen. Oh Gott, warte mal. Muss ich jetzt aus? Niki, wenn die jetzt da weg sind, sind sie woanders. Das habe ich vorhin gesagt. Echt? Ja. Als du meintest, es ist doch gut, dass sie weg sind, habe ich gesagt, ja, dann kommen sie auch irgendwo wieder. Okay. Deswegen sind vielleicht unten die Tische gekippt, vielleicht an den zwei Türen. Ein Stockparkon hat jetzt gerettet. Ja, auf dass das Spiel keine weiteren zwei Stunden läuft, weil das... Ah, nein. Das sind nur 20 MB. Insight ist nur 20 MB-Kurs. Ihr könnt euch kurz nur was runterladen. Vielleicht postet meine wunderschönen Freunde noch einen Link unter ihren Videos. Ja, ich denke, du machst ein großes, oder? Ähm, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie lang das Spiel jetzt... lange Gänge mit irgendwas am Ende ist. Irgendeine Scheiße. Ihr seht's ja dann, wie's ausschaut. Ach, hier kann man her? Naja, jetzt geht's wieder runter. Dann war hier oben ja nichts. Die hier. Oh, was macht die Kerle? Das ist das einzige, was wir jetzt... Oh mein Gott! Ich saue auf, um den Scheißmaus loszulassen! Oh mein Gott! Oh Mann! Jumpscare! Uhuu! Mein Herz tut weh. Ich hab Gänsehaut. Oh Gott! Wie viele waren das? Wie viele Ich glaube, es wäre gut für unser beider Blutdruck, wenn du nur den Sound ein bisschen runterdrehst. Ich habe schon runtergedreht, schon ein Stück. Das Wasser ist weg. Das Wasser ist weg. Das Wasser? Das Blut? Ja. Das ist noch eins, wenn du runterdrehst. Ah, da ist es. Guck mal, es geht noch weiter hoch. Und da geht es noch eins rauf. Oh, fuck. Ich glaube, ich sollte einfach unten gucken. Ich möchte ja raus und nicht weiter rein. Oh, shit. Und da ist ganz dunkel. Da ist brocken dunkel. Auf, bist du im Tisch bein? Oh Gott, hat es mich gerade geblendet? Wir laufen an der Wand. Wir laufen jetzt hier rüber. Wir laufen jetzt hier an der Wand, weil... Ich guck einfach kurz weg und rein. Stopp, 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 stopp. Stopp, Rikki. Da ist ein Post. Okay, stopp. Okay, was ist das? Okay, ein Stück zur Seite. Rüber, rechts. Na, nur hier rüber. Nach rechts und rechts. Okay. Fliegen die? Fliegt der Tisch? Die fliegen, oder? Weiß nicht. Okay, gehen wir zuerst da hin. Oh Gott, das sind wieder zwei Gänge. Okay, ich lauf jetzt einfach. Wohin? Da. Einfach geradeaus. Okay, lauf. Okay. Okay, stopp, stopp. Bottles? I hate bottles. Barrels! Okay, warte. Lauf einfach nach hinten. Lauf. Okay, stopp. Jetzt stellen sie bestimmt alle vor. Kann man die benutzen? Nee? Nee? Kann man die benutzen? Warte mal, was ist denn das? Sind das Spritz? Also Benzinkanister? Das sind auf jeden Fall Kanister. Das sind Benzinkanister. Und das Bleiche? Sieht aus wie Bleiche. Jetzt haben wir irgendwas. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Das sind die ersten Gegenstände, außer Stühlen und Tisch. Okay, raus. Stopp. Nee, ist kein Gang mehr. Okay, dann haben wir noch einen Gang. Puh. Okay. Nee, die liegen einfach nur komisch aufeinander. Da hängt's. In der Wand. Kaffeefilme. Okay. Dahinten ist eine Tür. Okay, lass mal darüber zur Wand laufen. Ich will nicht in die Mitte laufen. Was ist das in der Wand? Warte. Warte. Das war Spaß. Ja. Lass uns da auf den Tisch draufklicken. Warte. 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 Geh mal ein Stück nach rechts. Wir waren da drüben. Wir müssen da rein. Okay. Rein. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und Stuhl. Und Stuhl. Oh Gott. Enderbarbarbar ist da mal was liebste. Enderbarbarbar. Ich bewege mich nicht. Niki. Okay. Alter. Wenn wir jetzt zu diesem Scheißstudien laufen und da passiert was, flippe ich aus. Mann. Was war das? Keine Ahnung. War deine gehustet oder so? Gott Niki. Moment mal. Das war da mal was anderes. Ich glaube da war eine gelegen oder so, weil das war was rotes als wir reingelaufen sind. Ich dachte das war ein Eimer. Ich hab nur das Graue gesehen. Okay. Warte. Wir haben uns auf den Stuhl. Trenn ich mal um. Baa! Okay. Da waren wir drin? Ja. Komm mir läuft die Nase. Okay. Links oder rechts? Tor 1? Glitch. Tor 1 oder 2? Pass auf Glitch. Okay Tor. Das ist zu. Also muss ich da rein. Warte mal. Oh Gott. Das ist gar nicht gut. Das ist... Schau mal in die Kiste. Die Assassin drauf gesprungen. Okay wir müssen da rein. Was hat er da gekriegt? Das war hier. Ich glaub das war mal gut. Das war Domas hier drüben. Okay. Scheiße. Scheiße. Ah. Ah. Okay. Spring. Spring drauf. Ich bin hinter Spence. Ich fühl mich da sicher. Okay. Ah. Okay. Okay. In die Kiste schon. Schlüssel. Komm schon. Irgendwas. Du hast ne Kanone. Ach. Lauf doch mal rechts ran. Ach. Die werden ja aggressiv hier. Okay. Hier ist nichts. Alter. Okay. Wir haben dieses Stockwerk. Wir haben wieder nichts. Wenn es so weiter geht. Wenn ich innerhalb von den nächsten drei Wochen. 70 Kilo zu nehmen. Kann man hier nichts benutzen? Nein nein. Irgendwas? Mit dem. Warte stopp. Hast du das gehört? Und hat es gegeben? Tja. Es ist warm. Der Rest von der Familie. Ganz kurz. Ich brauche ganz kurz. Fünf Minuten. Eine Pause. Bis gleich. Tschüss.